Die letzten zwei Wochen hat uns gekickt mehr als zwei Jahre, mit wieviel Sachen ist es geschehen. Man sollte so verlieren den Track, dass man halt nicht, dass man nicht mithalten kann. Wir versuchen, zusammenzunehmen, was es ist geschehen. Da werden sie ein bisschen verstehen. Es gibt immer die Presidential Debate. Die Presidential Debate ist keinem und echt wichtig. Sie macht nicht aus und sie ändert nicht keinem's Mind. Ein Trump-Supporter bleibt ein Trump-Supporter. Trump-Derangement-Syndrom-Patient-Liberal bleibt ein Trump-Derangement-Syndrom-Liberal. Sie tun sich gar nicht, in sich ein Kommerz, als auf jetzt, vergessen geworden. Aber wie bald Menschen meinen, dass sie Hälfte in sie macht aus und sie tut etwas von den Polen. Es geht darum, sie ein bisschen zu bringen von der Debate auch. Bis der Debate, bei 15 bis 20 Tagen bis der Debate, hat Präsident Trump 11 Rallys gehabt. Jede Rallye hat wenigstens 30.000 Menschen. Und über 30% von denen sind independent voters. Including Hassach-Hillary-Demokrat voters. Sie haben gewartet Schuhen in line, in sich ausgeschriebene Gorgeln. We love you. USA. Four more years. Biden hat in der Zeit gehabt Zero. Das hat sich wegen Corona. Aber der Amethyst hat sich durchgepuscht nicht zu Gornisch. Er vergisst, wie er ist. Wem er läuft dagegen. In wo sein Schütte ist, in einer Sach-Issus. Er hat sich gut ausgepuffen, in Züge gereiht. Jeden Tag nahe nach seiner Zifferie hat er gleich ein Lid, ein Deckel, eine Pause auf sein Campaign. Er hat sich angespart in der Basement. Und er ist ungekommen mit größeren, aufgemachte, verwolkenden Augen. Likely ungestoppt mit Drogs, Chemikalien und Steroids. Stark herangekickt in der Kamera. Ingemacht mit den Händen mit den Fies. Bei allen Links. Keily Redwin Glager aus von Hartz aus. Möglich mit der Mike in Euer. In auch Chris Wallace. Die Expectation von Bidens Performance ist verständlich low. In der Wahl, er hat sehr viel überlebt. Ingegeben, sein Best-Ever-Performance. Er geht keinem und schon besser von dem. Er hat schon die Miete gespringen auf dem, als er gewonnen hat. Aber Trump ist wie ein Trump. Er hat viele in Zürich schon gehabt. Er sagt mehr, er sagt besser. Wenn ich einen Reden von mir schicke, mich repräsentieren, sei wie, will ich als jene so sein. Honest. Er scharfte der Point streng. Nicht falsche, ungestellte Acting mit der purgierten Media Lines in Flicken. Er hat auch als Trump, wie allemal, geteilt sein, seine gute Job. Er hat stark besiegt. 30 Millionen Amerikaner haben bei dem Debatte die erste Mal gehört. Wegen der Seen Hunter. Mit der aller schlimmen Gelder muss er bei ihm verraschen. China in Ukraine. Un' Achim Experience in seiweiliger Field, die Jobs haben gedacht, gelandet sein. In und dem, wo sie so reden, any von der drei Sprachen. Die Bidens, seine schon gesetzen, 47 Jahre in Government, in Gornisch geteilt, Gitz, rachgeworden auf unser Gäschben. Trump hat ihm genommen, keine Käden auf Einsatz. Er hat ihm gemacht, keine Käden, die Green New Deal. Er hat ihm ausgeknackt, er hat ihn ausgeraubt von seiner Gorn-Linke, Bernie, Sanders, EOC, die Stützer. und viele Hansetoks, die sich schon vergessen von dem Debate, weist Hand, als Biden in Harris, sie sind zu fliegen und zu mischt, sei wenn sie kommt zur Frage, und auch als er kennen ist, und sein Willen ist entfernt in dem Allem, sie wollen umpacken und stoppen den Supreme Court. Ein paar Tage später hat der Präsident Bakim in Corona. Bakim in Corona, unser Präsident, ist Corona verfristig, und schwingt das aufgenäht Siede mit liberalen Tränen. Trotz, Gott, die alles vieles in Kluhlas, von der feine, barem, hartzige Linke, ist er drei Tage darauf, schon nicht nur gewinnt, sie sind in Frisch, in der Ostfisch-Betulke, Achad Udem, nur hat sich gleichgenehmen Knacken-Rallys, eins noch im Zweiten, von der 50 Millionen Listener-Rosch-Limbo-Radio-Rally, zu die White House-Gurten, zu Florida, zu Pennsylvania, und noch. Er hat nicht nur gelassen von seinem Message. Nicht du kannst schimpfen, morgen zuhoben von dem narischen Ligen-Virus. Ich, der Präsident, ich bin 74 Jahre alt, und ich bin gezinnt in Stark. Raboi sei, Oib ist die Virus, auf jeden Fall nur ein Viertel, also schrecken dich, wie man hat ins verdreide Kopf, die letzte Kammate-Jur. Kleert einer, als die gelungene Secret Service. Wollt Sie gelast, die wichtigste, most secure Mensch auf der Welt, der Präsident of the United States, bekämen die Virus? Jeder in Amerika ist Hand 100% ruhig, in bequem, als der Präsident hat das Coronavirus in voll Kontroll. Es ist ein Stück ein zweiter Kandidat, der kein besseres Job will. Es ist ein Stück ein anderer Mensch, der ich, oder seiweilige Amerikan, wollte jetzt in der Warehouse zu handeln, der Coronavirus. Von der anderen Seite, ins Jieden, sind wir gewinn angespart in der Heim. Von Pieren bis Schwierz. Jeder findet sich in Ordnung gestorben, oder ausgeheilt davon. Ganz immer, sind dann ins Allergegangen in den Country. Auch viele Babels und Seidens, die uns haben in der Schmöre gehad, sind dann gegangen zu Simchas, Geherig ohne Maskes, in Gurnisch in das Geschehen. Frag eine Azule-Member. Mit zusammengenehmen, in gepravet Jontef, mit getanzen, in Kufas, in Chastore, in aller Schiene. Auch viele in der grösse Superspreader-Schiene. Wie Tausende haben getanzen, in geschwitzt, verquetscht zusammen. Sind nicht gewinn kein ernster Case, der auch aus ganz Jontef, in kein Corona-Lewahe, ist richtig. Was ist jetzt geschehen, als der Demokratie, in der Schuhe, haben plötzlich gesagt, Red Zone-Area, der Lockdown? Zwei, zahl das schon was haben, der Lockdown-Area. Trump-Supporters, in Gareide-Schiene. Sind nicht gewinn, von der Linken, zu breinwaschen durchs Volk, als der Coronavirus, ist schlecht, dangerous, in Trumps Fault? No problem. Mit leiden die poor Trump-Gegender, auf einen starken, strengen Lockdown, vermachen alle schools und businesses, und Trump-Supporters, wollen Pusat nicht kennen und voten, in vervust auf den Gareide-Schiene. Simpel. Was er los in sich? Man bestuft ein Pusat mit 15.000 Dollar Knast, arrestiert ein heimischer Jied-Aktivist, und fertig ist es mit Sitter, alle Geschäften sind zurückvermacht, heute ist es mit Rutsch im Zittern in den Häusern, und so haben sie ausgeführt. Die Sibbe-Verwusst, mir Jieden, chappen mehr von jedem, ist, weil wir lassen sich und schwagen mehr von jedem. Wenn uns immer wenn unhalten, die Pressure, und nicht aufgeben feiten in den Protesten, wollten uns nicht ausgekickt, also. Die Eier-Jieden, unsere Rechte, zum täglich leben, ist in der Skunde, und als der Linken, oder Schwarze, oder am Tiefe, können feiten, können wir auch feiten, und jetzt müssen wir feiten, in Tournisch aufgeben. Die Linken-Demokratische Ressour, nehmen uns auf der Schrecken, gegen alle Möi-Dreid. Ze nützen uns, was er politische Stekken ist, aber gegen uns er M.S. Malchus, schelgeset, chass de M.S. Oilem, slash bester Freund von Jieden, du, in den Ritz-Israel, Präsident. Und leider, unsere Jiedische Brüder, fallen daran in der Nonsense, und gehen massen zu der Government, und zu der Media. Rachmoene Litzlan, wiesen zur Seichel, wiesen zur Messierische Nefesh, Ad Musai. The Vice-Präsident Debate, Ich bin delicious, also wie ein süßer Dessert, noch ein schwerer Heavy Steak. Normal, wählst du's mir schigge. Ames, gegenliegend. Er hat ihr komplementet, mit starker Respekt, bis er rauf öfen, und noch mit der rausgeschleppte Stage von Interieur, und seit getrasket, also wie Hummernerusche. Mit egen Rümmel, lebiere Amigte. Mir wird sie mischt in Dizzy, wenn mir treibt, nur zusammenzustellen, sei er saad. Fracking, oder nein? Grino-Deal, oder nicht? Gehen sie unstoppen, der Kord? Wer weiss, ins Pläne Menschen desirven nichts zu wissen, nur bis nach der Elections. Demokrats, ob geht nicht dagegen, wie sie will, tauschen sie die Rüls, in beigende Narrative. Ob können sie nicht gewinnen, Congress, Senate oder White House, wenn sie trein, unzustoppende Kord, wie langsam, bekämen sie ihr Weg. Biden hat mich klampisch, laut sei, also geht geht ihnen in der Debatte. Als schon jetzt, du hat er jetzt ins Anzeredden, als er halt 60 Points ahead in der Pulse. A Macke, a Fag, Rabeuiseis ist fake, wie von wo darf man es übersuchen? Jeder weiss, dass Trump sieht aus mehr wie die Gewinner. Er kann sich nicht helfen, wenn ein Fierschleppen, Oilemes in die Tausender, in jeder Stutt, in hinderte Cities, auf viele den Airport, in auf viele Finsch-Petul, Bikers, Truckers, Schiffen, in auf viele Fährdenweg in den Instanmenschen zu fies, stehen mehr und mehr Menschen tag auf der Gas, von der größte Kält bis der schwerste Hitzen. Die Numbers wachsen jeden Tag. Bescheid wenn Biden kann kaum kratzen nach München in seiner 5-6 Social Distant-Menschen Circle-Rally. Jeder kann mich alle abhoch als einer, wo es fliegt zogen. Ich habe nicht gewohnt, von Trump. Oder, ich bin nicht gewohnt, als ich zu sagen, in 2016. Hauen soll der selbe Mensch mehr. Ich will kriegen auf alle vier in zerbrochene Gloos zu gehen voten, von Trump. Ich habe Corona sechsmal, aber der mal kann ich gehen voten. Die Demokraten dürfen davon haben 90-95% von der Scheuren-Vot zu gewinnen. Trump dürfen davon haben 11% von der Scheuren-Vot zu gewinnen größt. Er nimmt aber 20% oder mehr, hat er ernstige Chancen Landslide anzunehmen. Pennsylvania, Michigan, Minnesota, Noord-Kalerina und noch. Und jetzt noch in Oost führen sein Rekord Low Afrikan und Amerikan Unemployment plus sein Prison-Reform-Bill-Gesetz plus die Candace Owens Black-Zit-Movement wird herweggeschleppt über ein Millionen Scheuren von den Demokraten. Kein Joem sitzt in ZerPräsident ruhig zwischen 19 und 25% schwarze Stütze. Ähnlich zudem ist mit der Latino-Vot. Erdbekommen in 2016 19% Latino-Vots. In Miami vorige Woche wird 30.000 Cars sind umgekommen zu der Latino Anti-Communist Pro-Trump Parade. In ZerPräsident sitzt Hand zwischen 35 und 42 Latino Approvo. Anders von allen anderen Präsidents bis jetzt auch. Trump ist der erste Präsident wo es keine Ruhige Kampagnen auf seine Ziesungen Prämises Made Prämises Kept. Jeder sucht sie auf Tuches Clinton Not Com angehalten drei von seiner Ziesungen Bush 2 nicht included 9-11 Ziesungen In Obama kommt nur ein Held Kär was halt schon Hand auch ermitteln zu fangen Trump aber ist Iran in office in sich teil von arbeten Er hat rüber genommen über 2000 von schwer streng Regulation gesetzen von kleinen Business geschnitten Taxes wie er komerisch scheuchert und ausgeführt gemacht alles was er zugesucht including der Embassy in Cisro Schule in Mittel Misrich hindert der Ehrliche Rechte schafft them all over the country und zahlt mir jetzt knapp 127 auf Tuches später und ist fertig man boht der Wand man dreht den Swamp und der Volk hält fein mit und weist ganz gut wo es sich aber Google es die Economy bis Corona hat sie geliked knapp 12 Millionen Jobs in jeder einer und auch noch der Lockdowns geht das alles zu regeln zu besser von Seien wenn Menschen voten lotentas und Trump hat seine starke successful advantage wenn sie kommt zu dem jeder einer weiß dass Trump ist nicht der Lockdown candidate aber aber die sind die demokratische Meeres und Governors wo es aber das nur durch dem ärger gemacht und noch als die ärgste Corona Numbers in der aller streng Lockdown steht wie Kalifornien New York Illinois wie Chile Biden steht steht mit geimer hoben adalisches 6-3 Supreme Court Majority den maier schoft das ACB geit werden approved und geimer gewinnen seien nicht nur jetzt temporary noch das Supreme Court geit san rechtfertig interpreten Tatschen in folgende Konstitution verjuren a bisselige Diltra Beu sei nicht gleibende Fake News Pols weil alle andere Fakten chitzt de Pols weiß nas es geht immer geimer gewinnen besser wie in 2016 geiz alle kimmts alle heraus voten November 3 in dem Massen in person lotz hängt nicht von der aller nahrische rischisch kommunistische Lockdowns also wie ihr dann leben in unser Leben in unser Kinders ist gewonnen in die kimmertige elections Bescheid Hashem Mase van Zliech the best is yet to come